Oh, ich hab ihn gesehen, er sticht die Smoke. Ich hoffe, mein Onkel ist schon wieder da. Will ich auch hoffen. Anscheinend nicht. Lass mal das Spiel verschieben, man. Mir ist kalt, meine Heizung ist noch nicht warm. Ja, meine Heizung funktionierende Bescheid wundern mir immer noch nicht. Hey, was funktioniert noch nicht? Die Heizung. Aha, Opfer. Äh, geil. E, muss ich A, muss ich B? Ich bin da. Onkel ist da, Onkel ist da, alles gut. Ich bin da, ich bin da für das. Alter! Was war das für eine Aufwärmrunde? Oh mein Gott, äh, A. Ja. Schon einer im Main drin. Wir sind schon auf A drauf. Oh, Alter. Kommt doch. Ja. Ja. Einer hat 20 und einer hat Hälfte. Planted Richtung Door. Äh. Papa hat natürlich den. So, einer Main. Einer immer noch Yellow. Oh. Oh, Lole. Er hat mir Herder gegeben. Main. Einer Yellow, ja. Und Main. Oh, das ist nicht gut. Und. Ah. Hä? Oh, Crap. Nice. Okay, go for it. Mann! Ja, Onkel, du warst zu spät. Das war der Punkt. Ja, Junge. Darf ich nicht mal kurz pissen gehen, Junge? Ja, dann geh doch nicht ins Game. Dann tapp halt vorher raus. Tapp vorher raus. Ja, tapp vorher raus. Ja, tapp vorher raus. Ja, tapp vorher raus. Dann schreinst du nicht mehr rein. Ach so. War's bei, oder? 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 War's bei? Klappt immer. Hat noch nie, hat noch nie nicht funktioniert, glaube ich. Hat noch nie nicht, nicht funktioniert. Ja. Throw in Flushbang. Du, 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 du. In absolute land. Flushbang. Ja. Gut. Da ist Micha. Auf geht's, Onkel! WTF! Achtung, Mitch. Micha. Garage, Garage. Gehen zurück auf A. Grafe. Fire in the hole. Ultimate. Run, Micha. Ja, ich bin ja schon dabei. Alter! Hotspot. Der hat ne, der hat ne Sword auf. Ja. Sword, Sword auf. Schön, Onkel. Nice! What the fuck was das denn?! Also, Cory war das. Alter! Die 9 Pro? Nein! Beim ersten Schuss war ich doch 100 Pro aufm Head drauf, Baba, oder nicht? Ja, aber der, äh, hier Bomb-Plant-Position und so. Ja, aber ich dachte, das haben sie mit dem einen Update gefixt. Ich glaub, das ist immer noch irgendwie verbuggt. Hab ich gemerkt. Äh, so, äh. Äh, ich brauch nichts mehr. Ich hab genug Money, äh. Ich nehm die, wenn die keiner haben will. Hat es doch gelungen, dass ich pissen war. Ja, Pushy hat voll funktioniert, wie immer, ne? Dabei was? Boah, Pade, also, ich weiß nicht, wann wir letztes Mal kommen. Einer ist zu viel auf B. Hm? Einer von euch ist zu viel auf B. Oh, fuck off. Onkel und ich sind immer B. Immer geht nicht auf B, ne egal. Ich bin immer B. Und erst ohne rass du auf A, du Mongo. Ich? Ich? Nee, ich mein, mich hier. Ja, ich bin jetzt auf A. Ja, ich war auf A, aber nur weil ich zu spät da war. Und weil schon einer zu B gerannt ist. Ja, der muss aber sofort sagen. Ja, die letzte Runde war ich jetzt auf B. Oh, jetzt. Egal, ich weiß drauf. Ich hab nix gesehen, ich dachte nur immer an ein sickes B. Einer durch. Fabian, noch einer zu dir? Schön. Ich muss nachladen. Oh, fuck off. Er ist im Wend. Letzter. Hat die M4. Wend oder Wendraum? Wendraum, Wendraum. Wendraum. Rechts oder rechts? Nicht. Oh, Leute. Soll, wer hat da grad reingepusht mit mir? M4 ist safe. Ja, ich. Ich wusste auch, weil mir keiner gesagt hat, wo. Du warst so richtig mein Tod, weil ich hab mich in dem Moment voll auf dich kurz tritten. In dem Moment sieht er hinten aus. Jetzt nochmal ein Triple K. Auf ihn oder willst du? Willst du aber, Cory? Oh ja, wenn du hast. Cory. Dann gib mir die M4 wieder. Das heißt. Oh Gott. Steht sich K oder Y hin? Äh, ich stehe Richtung Mitte, eher dass ich Baba unterstützt kann. Nun smoke ich weg, ne? Ja. Grenade aus. Throw in flashbang. Voll. Einer vor B. Ja, immer noch. Alter. Baba, ich check upper. Oh, er hat nicht. Er hat noch 60. Steht rechts in der Ecke. Also nicht genau. Genau. Er ist jetzt genau rechts neben der Door. Also neben dem Eingang. B. Auf mich. Ist on the spot. Und weit rein. Schön. Ah. Ich schieb. Oh Gott, fragen ob du den gesehen hast, Barry. Da kommen wir down A. Einer ist noch im... Einer Door raus, einer auf dem Spot. Einer ist Y und einer Blended Blatt. Two and two. Baba, ich warte auf dich. Baba hat ne Nate. Grenade aus. Achtung, Flash. Einer sollte definitiv Y sein. Einer on-spot direkt. Und Y. Letzter. Hat er gerade Moly hier. No. Schön. Schönes Timing. Schön gespielt von euch beiden. Fuck, Alter. Ja. Schlechtes Timing. Warte. Nö. Rouge ist reingerannt. Ich habe es schon. Leider rumgerannt werden, dann wäre keiner gestorben. Ja, aber so hat... Naja, oder auch nicht. Hm. Also ich war schon ganz gut gespielt. Wirst du wieder haben? Ah, ne mal. So. Was? Ne, die haben wahrscheinlich Eko, ne. Da wäre ein Helm. Fuck. Schmeiß mal ein Pistil rüber. Meine Pisten. Haha. Ja, ich spiel die für K. Fast. Ja, danke. Du willst ne Pistil immer noch? Ich wollte ne Pistil von mir. Die... Die hat so... Ich hab... Ich geh diesmal ins Brot. Ja, ich muss schon K machen. Ich habe jetzt Scout, ne? Ja. Kurzzeitig ansagen, wenn sie aus Main kommen. Das Spiel rein und geh rüber zu A. Okay. Ah, ist gar nichts bis jetzt, ne? Nicht, dass ich höre. Hopi, auch nichts. Ich bang nur vor Door den Scheiß. Hm. Mann auf Wurst. Äh, irgendein richtig weirder Nade. Wurst ist weg. Geht doch wieder Richtung B. Äh, äh, vor Main ist noch einer. Läuft aber zurück. Zu spawnen. Ne, tut er nicht. Er steht immer noch doll. Jetzt geht der Garage rein. Wo seid ihr denn? Achso, da. Okay. Ich hab grad so einen richtigen hässlichen Fleck direkt über mein Fadenkreuz. Geht mir grad richtig auf die Nerven. Ich hab irgendwie das Gefühl, mein Teamspeak ist grad lauter als mein Spiel. Tja. Bist doof. Mhm, bisschen. Ein bisschen. Bist deines Scouts ist auch ein bisschen laut. Ja. Kann sein. Ah, nade. Einer raus. Main. Einer lag. Schön. Einer hit. Kommt nötig. So, hab noch zwei. Einer on-spot planted. Direkt on-spot. Ah, will wieder Money-sapen. Renade out. Oh, ich bin so schade. Oh, ich bin so schade. Ist das? Das ist richtig gesagt. Ja. Alter, ich hab den nicht einmal gehittet. Der hatte 18 HP. Da musst du mir aber noch 5-7 legen. Ich hatte übel den Frame-Drop, ey. Jawohl, behalte. Ich hab genug. Ich hab auch gern auf den Frame-Drop schieben, aber das war leider nicht. Nee, bei mir war's echt nur Inkompetenz. Ja, aber richtig Inkompetenz, Mann. Weiß ich, ich hatte schon Schiss, dass ich Bush mit der Nate kille. Ja, ich... Ja, Bush hat sich zu Glück vorher exekutet. Ja, ich dachte mir immer so, nee, das würd ich gar nicht gewinnen eigentlich. Eigentlich würd ich Baba so'n Nate-Kobe lassen. Was hast du für ne Waffe? M4. Okay. Warte, war mal Koshi? Ja. Wo ist aber? Nee, da. Achso. Sobald da einer Main reinfällt, haben wir den dann relativ easy. Da rechnet keiner mit. Fuck, Mann. Ich hasse diese Position. Das heißt, ich darf jetzt gar nicht verspor gehen. Verschieb zu B, du machst von kurz und Mitte. Also kurz und A sozusagen. Ja. Boost war eine Awe, oben. Main. Rotation incoming. Throwing smoke. Einer durch. Oh, lol. Loll. Ähm. Oh, 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 nicht auf mich. Einer. Einer. Yellow. Wir haben ein Problem. Uh. Vorkliff. Vorkliff ist einer. Noll. Die Awe. Hinten rechts bei der Yellow. Jetzt links bei der Yellow. Rechts wieder. Hat ne Nate. Immer noch rechts. Es sind noch drei. Jo. Oh, er ist benötet. Vorkliff. Oh. Sie sind nicht gesehen. Ne. Seht ihr mehr durch die Smoke. Ja. So. Einer hat auch. Einer hat noch 30, die Awe auf. Vorkliff. Oh. Aber. Ja. Ne, der hat weniger. Der hat noch 10 in dem Fall. Weil ich hab ihm auch noch 20 gegeben. Fuck man. Das ist an Lucky, damit er vielleicht die Runde holen kann. Ich hab halt ohne Spaß. Ich hab die ganze Zeit Framedrops, wenn die irgendwo um ne Ecke pushen. Ich glaub ich muss mal wieder meine Optionen was umstellen. Ich hab nämlich Grafikoptionen vorher umgestellt und ich hab daran liegt's. Bein richtig schön in die Smoke-Leader. Das ist immer doof bei Counter-Sec, wenn du's umstellst. Fühlt sich komplett anders an. Ich hab davon einfach nicht mehr dran rumgefummelt. Ich hab's heute noch mal gemacht. Und dann hab ich gemerkt, scheiße war das kacke. Eigentlich wenn du zweifach Pufferung machst. Bist du am Kotzen, wenn du spielst. Puff. Puff. Oh, mehr Kaufen? Alles klar. Ja. Was? Überleg mal Diggel bitte. Hätte doch noch. Oh shit. Noch eine. Noch eine. Was soll? Das ist wie mit Nightstorm. Die bringt Glück. Was soll? Weil ich krieg keine. Oh nice. Kiri-Pubber. Seit wann? Ja, die ist voll abgeranzt eigentlich. Hab ich mir irgendwas getradert. Die klingt hafft hässlich aus. Aha. Hat er ne Waffe? Denke. Cushy? Wollen wir hier nochmal boosten? Hier oben? Oh, ich geb' ihn header und er mir auch. Kommt er? Nee, nee ist zurück. Aber es ging seine Headern gedrückt. Waffe hat auch heute kurz miteinander kommen. Hier kommt was. Seine Waffe war ne stärker. Alter, der Laka. Also, der VB hat noch 4 und 3. Der ist vor Band gegangen. Wieder. Leichtig? Nein. Nein, aber kommt. Main stepped. Das war der. Wir gehen auf B. Der Main ist auch. Der ist low oder? Der ist low oder? Einer Y Wenn das der Y ist Und der ist bestimmt links unter Oh, safe, oder? Was? Der eine ist richtig low, ne? Flick, flick Schöner Flick Kannst auch schillen und am Ende auf den Spot rennen und dann diffusen Mit der Smoke Und der Flash Einer links, einer da Ach, Mann, oh, nice Nicht mal meine SIS krieg ich Das ist nur Koshi-Dorben, weil der kann jetzt ohne nichts kaufen Was? Ah, okay Meinst du, ich kann das kaufen? Nee, aber der kann zweimal-Dorben Oder? Ja, nein Nein Vor spät geguckt Eigentlich können wir alle nicht super kaufen Na, aber kann kaufen, ich kann kaufen Kannst du zweimal legen? Kannst auch zweimal legen Nee, leg mal nur für einen nicht Ich kauf mir ne B90 Ja, wo ich Noch Also einmal kann ich noch legen Ja, dann leg Immer so spät wie möglich Ja, ich hab jetzt nicht gerafft, dass Onkel gekauft hat Ich hab extra gesagt, da muss man nur einen Für mich Aber was geht mit dem? Da war einer, was Weggesmoged Ah, ich bin blind Ich bleib jetzt defensiv No Smoked Ah, war auf Wurst Äh, B90 Schüsse Einer vor B-Steps Wie, wer fahrt Ach komm schon B-Steps 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 Mitte ist raus Ist vor Wend Muss Schraub machen B-Steps B-Steps Mach spot aber def nicht Doors Oh Gott B-Steps Doors auf, Doors auf Pass auf, Doors Oh lord Oh lord Oh lord Oh lord Alter Ich bänke mich runter B-Steps Sind schon durch Burschi Weimann On spot Links schon R-Links Nice Hast du den von der Mitte schon? Nee Nein Einer Step in der Mitte Mitte Step Ja Ende Ah, ich lauf rum Hat 68 gefressen Habe ihn Und der letzte kommt von K Hat ne Arbeitsauswahl Kommt aber mit der K vor Der hat nur noch Low Low Jetzt hat er richtig Low Alter Wie viel hast du ihm gegeben? 16 in 2 16 in 2? 16 in 2? Wat? War da irgendwo ne Wand wo ich hätte durchschießen können? Aber gar nix Du hast mit der Pistol geschossen Ja aber 16 in 2 Baba Das ist immer noch ne kleine Block In den kleinen C Ok Warte Der hat der Föger auf den Heim geschossen Und Pistol Aim Ist aber gerade richtig verkrüppelt Hau Alter ich hab auch Oh Shit Das war jetzt nicht gut Glaub ich hätte sogar durch defusen können Ja Das Wäre aber verdammt riskant gewesen War so auch Aber Wurde halt durch die DORF 7 AP runtergegeben, das war ein bisschen unlucky Boost hab ich nie mehr gesehen, Baba Man stepped Glaube ich, einer Ich geh back auf K Du hast mich nicht getroffen Ich smoke nach, Bushy Mathe ist frei Oh fuck, ich glaub die flog zu weit Ja, die flog zu weit Oh ja, kannst du da vergessen Die kommen durch die Mitte durch Okay, nimm mal einen, nimm mal einen Okay, jetzt kommen sie nicht mehr durch die Mitte durch ZB Noch einer Die Baume rennen Richtung B gerade Oh, Mitte Flash Ja, ich brauch mal Hilfe Ja, Baba ist da Einer ist der CT wahrscheinlich schon Ist in der Smoke gewesen Ja, bin mir in der CT, ist Baba A Step Meiner A? Ja Oh Ja, einer Main 2 A Ich laufe, oh, wie sie sich immer verpißt Nein, zwei, ein Foglift letzter Was, Mann, warum kassier ich sowas? Foglift Nein, geht on spot Chilled Ja, Y Warum kassier ich immer so eine Klicks? Ich komm immer noch Die langen, die aber Die standen, glaub ich, die ganze Zeit am T-Spawn rum Wolle ich den Drop? Mh, Verwaltungstaktik Kochi Äh, Onkel bitte auch Drop Äh, ja Oh, die haben Bot Oh, gut So muss dat Jetzt wird das ein Bottom-Frager What? Ah, Bottom-Frager, Junge Oh, Onkel hat's auch verstanden Kaum sind wir noch auf der Etage, oder so was W, Spoke Prost Main, Main Mh, Mh, Schand, Echo Ich stehe ganz gerne in meiner Ecke und warten Oh, Mann, diese Time-Lucker immer Ziemlich viele Steps Ja, muss das leider sein Bomb Oh, fuck, ich brauch Hilfe, Bushi Einer da, einer hinter, Yellow Door, kommt Nice Ich war grad, ich hatte gerade Reload Er macht ja nix Aber ich hab alle angefragt, ich hab Damage to four Enemies gemacht Aber Ich sag, ich muss Ja, passt schon Ich hab ne Diege Ach, sie verzögern wahrscheinlich die Runden raus Und warten deswegen so lange, damit der Angriff nachjoin kann Oh, Gott, eben sind sie aber dafür erst noch nicht früh drauf gegast Vielleicht aber auch nicht Warte dumm Warte dumm Warte dumm Bushi, wollen wir mal boosten? Habt ihr gerade, Sven? Ja, weich Weich Dann nur noch mal nachsmoken gleich Und flash ich nicht rein und nicht smoke, warte Okay Ich bin full Ich flash noch mal rein Ich flash rum, Funkel Zwei Mitte noch Oh Gott, ich muss hier raus Die Mitte Ja Rant wahrscheinlich drin Step-Planer oder Door, ich weiß nicht genau Aber verschieb'n rum Kann man nicht hinter Ich, ich hab Schard Da hab ich einen Safe-Frag Da stell dich noch nicht offen gegen Door Ja, nein Oh, mir schreckt Bantroop Mitte seh' ich sonst nichts Schon drin? Ja, ja, schon drin Linke Seite Ah Ich schieb schon Push Ich mach das hier auch Noch einer, wenn du? Bin down Ich kann mich helfen Aber, beide da? Die stehen in der Ecke Ja, der andere auch da Warte, Nate in die Ecke Es tippt aber nicht Nee, dann ist er gar nicht da Was geht denn hier? Der ist nicht da Wie wisst der denn? Der ist der nicht Der ist Garten Hot-Hit, Hot-Hit Alter, kommt, kommt B, kommt B Hot-Hit, Alter Hot-Hit Hot-Hit Alter gegen einen, ey Hot-Hit Alter, jetzt pusht ihn doch Ich mach gar nichts mehr Ja, nicht du Geht doch, Alter Ja Ich habe ihn Ich habe ihn, ich habe ihn Down, ist Down, ist Down, alles gut Ganz sicher Full Control Mega der Overkill, ey Aber ich musste Was willst du haben? Er hat den Scout-Hit Was willst du? Was willst du? Gaben Pushy, lass den Boost nochmal machen Ich smoke direkt Smoke sollte echt ganz gut liegen Flash nochmal rein und dann Mach den Mach den Huch Ich gehör Deploying Flashbang Danke, wo war das? Jetzt Oah, das ist doch knapp Baba, alles klar, mitte Auch Main In Main Oh, Tor auf Ich hab's Mette, 40 HP 2 Mette, auf Schott Schott ist da Ist schon hinter dem weißen Ding rechts Ja, ich Der steht schon auf dem Spot, einer Oh Mann, Alter, ich hätte die A-Wähling Ja, genau, den Mann Ja, ich musste aber erstens mich um den von kurzem kümmern Es kommt, einer, da ist einer vor dir, ja Ich kann regnen Oh, Alter, wie ich runtergereicht will Ist ja ekelhaft Da Kein Geld Nimm mich Oh, das ist doch Brochi, der Famas Ich wäre auch ohne Famas rausgekommen Aber du bist nur mal die Famas in Person, Brochi Ah, nicht mehr Gott, leider Blub Ah, der hat jetzt auch einen Ach, come on, Alter Ah, ich wechsle mal Ah, meine Fresse Hinde Das weiß ich nicht So, er ist down Oh, okay Mit Mitte Die sollte eigentlich weiterfliegen Was kann ich noch nicht geben, ne? Duck dich mal Ducken? Warum hier? Nee, der Boost hier ist total kacke, wenn, dann kommen wir mit hier hin Wow Wieso steht der eigentlich zu dritt jetzt auf A? Wir sind main Oh, A Ah, er ist mich, ja Noch einer Oh, wow Sorry, aber Unnötig, einfach nur unnötig Ich koche jetzt Okay, ich hab das korrekt Sorry Nee, ich hätte eigentlich dahin geschmissen Ja, hier Danke Willst du kein Geld, oder was? Wer, ich? Ja, du Ja, ich hab kein Geld Ah, du hast auch kein Geld Ja, aber ich wollte mit Absicht nur 5-7 spielen Mitte 3 raus Einer vor Vents Oh mein Gott, dieses Klos, als ich dachte Danke, Baba Einer Wendraum drinnen Hey Hast du den Pfleg? Warte, lass ihn Der hat nur Tecke Einer Wendraum Ich schieb mal zu G Links Klos, pass auf Und der zweite links Klos Da, was die eigentlich Letzter ist schräge Ja Gott, schön Ich hab nur gesehen, wie ein Schatten vor mir durch die Smoke gesprungen ist Danke, Baba Oba, aber du hast mir so den Arsch gerettet, ne? Der eine Typ, der da reingepusht ist Hat noch schön mein Knife out Achso, der, ja Ich bin total nur ne Glock Vielleicht hätte er mich nicht anbekommen, aber Schön, alle Diffuser Natürlich Sind doch Vorbild Smoke wieder Wollen wir nochmal boosten? Aber lass mal dich hoch boosten Nur aus ner AK, du kannst da besser alles niederspoyen Versuch mal was, ne? Behalte dich aber Igel Oh mein Gott, ich werd zu Tode gebankt Ah! 20 AP, Cory Ich 100 Ich spray ihn hier hoch Naja, die raffen das aber nicht Warte, ich hab das ultimative Kursfeier Ah, einer Garage Main Main Und da Main oder da? Main Hey, ich war weg Hm Das steht mal zu A rüber Ich geh die ganze Zeit pushen, weil ich ganz genau weiß Das Bade ist auch allein auf B, Chef Einer ist noch auf A Auf A Also vor Main Oder kann auch rein sein Koch, hier hat das nicht gesehen Schön, Baba Letzter sollte Main gewesen sein Alter Zurück gegangen sein Richtig schön gespielt Ich hab auch nie mit dem Unterdump Ich hab aber versucht wieder auf alte Zeiten zu machen mit den ganzen Teamkills Ja, ich hab heute auch schon mal angefangen mit Teamkills Ok, ich hab grad mal wie viel ich dir gegeben hab, ohne nachzugucken Äh 46 in 6 Äh What? Ja gut, ich hab noch Ich hab noch ziemlich viele Hits kassiert währenddessen Ich hab noch ziemlich viele Hits kassiert währenddessen Ich hab noch ziemlich viele Hits kassiert währenddessen Kann ich gar keine Hämmerungen an Der andere hat mir ja auch noch gegeben Ja Also Sandwich B-Rush? War da jetzt die neue Strat? B-Rush? Hm Hm Mütte ist jetzt für Opfer Okay Macht man nicht mehr Wartung Nate Oh Mann Bent rum immer noch Schön Oben im Bent Ja, oben im Bent drin Ich muss mal planten Defensiv Bent lenke Seite, Bentraum Und Bent rechte Seite, sind zwei im Bentraum Glaub ich Halt Aaaaaaah Ah links nicht Schräger und Fett Rechts kommt No Kausch NEEEEEEEIN Alter Zwei Sekunden, zwei Millisekunden zu früh Oh fuck it Hey Jörg, das gibt's nicht! Wollen wir nochmal einen Full-Eckewasch auf B machen? Oh Gott! Nein! Nicht treffen! Wie viel hast du ihm gegeben mit der Pistole? 29 in 2! Und auch 4? Ich... wie hieß denn der? 19 in 1, weil es der letzte war. Ja, wahrscheinlich. Sonst haben wir mal eine 2s holen können. Ja, du hast ja das Geld. Ja, ich schon. Hättest du ja auch eine Digge geben können. Hätte, ja. Oh, Alter! Dead Aim Punch! Okay, RIP! Ja, RIP! 61 in 5 hat der von mir! TBB! Fucking Glocke! 11 in 1! Ich guck mal, was ihr euch so holt. Alright! Auf geht's, Onkel! Kann ich mich an der Mitte boosten? Jo, mach ich! Ich hab jetzt zwar keinen Kevlar, aber... Oh Gott! Muss nur schneller sein als der andere, ne? Ja! Kevlar nicht! Wir haben auch eine Awe, ne? Ja, und ich... Und einer pusht Mitte. Okay. Einer vent aufgemacht. Waren sie? Ja, schon. Können sich auch boosten, ne? Falls noch einer kam. Oh! Oh! Huh! Der ist Schott, Jogi! Oh! Was real?! Oh! 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 Doh! Bei Boga! einer NBK! Doch ich! Und an BK! Das sind doch schon Glück, aber... ...ihchmitte noch? Weiß es nicht Schaut, Mitte, sehe ich nichts Ist jetzt On-Spot gegangen Nice push Danke Windrom ist down Spot ist down B ist frei Bombe Ila, Onkel, Bombe holen Ich laufe, ich laufe Ich glaube, dass die Mitte den Onkel nicht abfangen Ich komme Lauf durch Lauf We fire Covert wir schon Ich habe raus schon mal durchgepusht Ah, versteht jetzt Ja, Bade holt sich die einfach Ich habe Wend Du machst CT komplett Kannst du T machen, war aber ja perfekt Dann habe ich hier Wend Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch decken soll Alter, mein Maus ist so behindert Wo ist der letzte? Pushen, pushen Vielleicht sollte mal einer mit mir erleben Aufs Spot bleiben So Upsilon im vier Irgendwo wenigstens mal eine schöne Pistel Come on Wo? Upsilon Ich habe es den neuen immer noch Mit Nate unter dir, also Oder so Ich kann mit meiner Maus einfach keinen vernünftigen One-Addy machen Hey, hier liegt kein Nate Ich habe sie schon Ich kann mich nicht anders ein Ich kann mich nicht anders einstellen, was soll ich da aufwenden Wie, kannst du dich schneller machen? Wie, was meinst du denn, du kannst keinen vernünftigen One-Addy machen? Wenn ich Meine Maus schnell bewege ich, dann bleibt sie einfach stehen Äh, kauf dir eine anständige Maus, definitiv Oh, ist das die 1 Euro Maus, warte Wollte ich auch gerade fragen So schlecht ist der Sensor normal nicht bei einer Maus Aua Ja, die Maus, die hat auch 22,30 Taler gekostet Bischoffshort Oh Gott, die Nate habe ich gefressen, aber richtig krass Ich habe einfach so durch die Tür gesprayt Aua Mit den ersten vier Schiffen A dürfte frei sein Oh ne, Gabelstapler Ihr habt die Bombe am T-Spawnen, ne? Super, dann müssen wir halt töten gehen Ich würde den ersten vier Schiffen brechen, Alter, Mann Warte, holst du eine Bombe? Die Hocken bestimmt dann, Alter, das ist zu ruhig hier Echt so, Mann Mitte f***gesteppt Karl ist schon, Aua Ich bin Mitte Dieser dreckige Lacker, Mann Kann man denn Aaaaaah Aua Oh Die denn hier Aus dem Himmelbosch Aaaaaah Halleluja Halleluja Ich nehme dann meine Bombe mit, ne? Ja, okay Oh, Herr Baba, gar nicht dumm Hey, boost nicht mehr Bitte, du Arsch Und die Bombe liegt in der Mitte Das ist doof Ich habe alle vier gehittet Flash Achtung, Flash Ja, die sind weg, die sind weg, die sind weg Von B kommt Hab ich ihn Ja, dann lass A gehen, komm Was ist mit B in der Mitte? Einer ist noch Mitte mehr Äh, Onkel, du bist nicht von B gedeckt, vernünftig Das ist doof Mach das halbwegs jetzt, aber du solltest vielleicht Richtung A gehen Ja, okay Einer kommt von B, einer kommt von B Ich blende, ich blende für Main Blau einfach Oh, Schott schon da Okay Oh, Leute Seriöses Gameplay Endlich habe ich mal mit dem Gegenboost gerechnet Ja, ich irgendwie nicht Weil es kam nur einer Also ich habe einen gesehen, dem er entgegen gerusht ist Alles klar, den holst du ja jetzt Zieh ich nach rechts stehen dafür, Leute Wo ist dann noch mal dieses OFC? Ja, ich habe halt Auf was? 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 Ich glaube, wieder zwei Mitte Oh, B-Awe Kommt, 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 offensiv, Awe Ja, ich habe es gesehen Ist Garden Nicht die Awe, aber gut, äh, Micha Ah, okay, sorry Au Garden ist auch eine Awe offensiv jetzt B-Garden Eine, eine Y Oder ein BK Oh Ich habe einen BK Äh, einer ist noch im, der ist, glaube ich, im Connector Der kurz, äh, der, einer ist B-Down Connector, ah Geil Awe, B-Licht, Mitte Halt, safe Das ist ein Witz Guck Oh, plant for money Muss auch nicht Rechts Oh, lol Bade, dumm, dumm Wieso geht er nicht down? Tja, weil du mir 100 Schaden machen musst Ich habe 81 gemacht, reicht das nicht? Das reicht uns nicht Jetzt brauchst du aber eine Peitsche Wollte ich gerade sagen, da fehlt irgendwas Mh, kann mir jemand eine anständige Piste geben, bitte? Na, döver aber, ne? Gell? Ja Boah, ich brem doch nicht Das war Betonung auf anständige Piste Was hat er gelegt? CZ? Mit CZ Ja, anscheinend darf ich nicht geboostet werden, dann scheiß drauf Es ist, glaube ich, einer drin, ne? Ja, da war auch einer drin Ich nur einer, MBK ist noch einer Ja, hab ihn gesehen Okay, ich hole mal die Bombe Ach, come on, MBK immer noch Geht doch, ey Bombe kommt Nach A, plant K K, K, K Mann, wie er nicht piekt Er nur mit den scheiß Schultern, ey Das ist gerade auch Ah, einfach nicht wahr sein Konntest du die nicht eine Sekunde früher schmeißen? Verplanten Aave, save main, please Darf ich jetzt mal überlegen? Main Ja, genau das Aave Flasht über Kante Genau, bitte Mix Oh, fade Deine Klatsch-Skills lassen nach Ja Ich bin auch überhaupt nicht on point gerade Ich bin total, weiß ich nicht Ich geht mir aber auch so Das war, hast du ja meine Pistol-Aktionen Oder hast du wahrscheinlich nicht bewundern dürfen, aber die war nicht so Nee, ich überlebe ja lange Ja Dann kann Bademann eine Runde Pistols ausgeben Diegel Lies Diegel Warte, machen wir jeder zwei? Diegel, 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 diegel Wo ist meine CZ? Warte, dein Ernst? Nein Nein Du Verräter-Schädling Ja Soll ich mal zeigen, was man mit der Diegel gut machen kann? Sterben? Von der Aave von B Wendraum, Wendraum, Wendraum 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 Aave Wendraum 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 Barde ist gerade gekommen Wendraum 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 kick da halte sich aber jemand nicht an die regeln das waren uns die 90a werfen sich vier nicht an die regeln also und nade werf ich dann direkt rüber zu y also nicht was ihr so mit euren nades machen und sie übern haufen sprenger so kurz dann weg und ich gehe mal nie als erster mit bombe rein ich aber gibt mir die bombe dass mich vor um mann ich mann hat sich in deiner akage gönnt ich bin so blind ich gehe mal weg da ich bin halt richtig heiß einer karpus stehe doch nicht und wo soll ich hinlaufen mann eine brand und spott und ich hätte ich nur noch y und und ich wusste nicht oben bin dann mal da ja alle drei von kurz so ekelhaft ich glaube wir brauchen wir Hilfe! Ah, mein Große Brot! Da komme ich! Genau! Der Koch ihn! Ich habe die Arbe geleckt. Wer hat's kein Geld? Was ist passiert? Ich will auch lachen. Statt zu schießen oder nachzuladen, Granaten um sich geschmissen. Und hat sich mit der Letzten in selbst gecamt. Oh, ich weiß wie die abgepallt ist. Das ist doch meine Welt. Eigentlich kann ich Opfer spielen, weil ich dem eh nur pischt. Ja, nice. Ich glaube, Meteorash. Oh ja, wir sind schon durch. Zwei, drei. Nee, auf A, komm, Bombe! Auf A, nehm! Oder wir fighten die einfach. Scheiß drauf, ich habe 490, Mann. Ja, dann fighten die auch wenigstens. Ich komme Richtung A. Ja, Mitte sind alle Mitte zurück. Obwohl, dann lassen wir nicht Richtung A. Nein, nein, okay, okay. Jo, komm, erzähl mir doch nichts. Okay, wir gehen nach scheint doch A. Okay, wir gehen nicht mehr A. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Jetzt frei. Jetzt könnte ja Reiki wieder A gehen. Du, 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 du. Ich lauf B, was machst du? Ja, Bade geht immer auf B. Bade B. Bade B. Bade Bum Bum. Ja, in der CT. Ja, lass ihn kommen. Zwei, glaub ich. Das ist der größte Spaß der Weltmann oben. Papa. Papa ist da. Und unten ist, du müsst hier unten irgendwo sein. Unten da raus. Ach du Abstauber. Das war meiner. Weißt du nicht, wie der jetzt in der letzten Runde auf den vorletzten gerutscht, alter. Wow. Ey, das ist gut, glaub ich. Bastard. Ja, ich bin auf den letzten gerutscht. Ich hab Bush. Brauchst du nicht. Doch, brauche ich. Die ist nämlich FN. Will ich haben. Bush. Meine Mutter. Hast du gerade gesagt, meine Mutter? Jetzt musst du sie beschenken. Wird's wieder gut machen. Oh, du hast mich vollkommen überzeugt, Onkel.